Alle hoch! Und wir... Untertitelung des ZDF, 2020 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 seine Finanzen, entgegen vielen anderer Meinungen, die gedacht haben, dass wir schon noch nicht mehr da sind, doch sehr, sehr gut unter Kontrolle hat und die Finanzen in einem sehr guten Licht dastehen, haben wir uns im Vorstand dazu entschlossen, insgesamt 10 Athletinnen und Athleten mit Zölnmeistern aufzunehmen. Ich bitte nun die jetzt dann folgend genannten Athletinnen und Athleten nach vorne zu drehen, auf die weiße Linie, dass wir das AT präsentieren können. In der Klasse Woman Bikini Fitness, die Michelle Reis. Daneben aus derselben Kategorie, Woman Bikini Fitness, Maria Schufler. Aus der Kategorie, Woman Body Fitness, Hanna Göbel. Aus der Kategorie, Master Women's Physik, Alexandra Krawat. Aus der Kategorie, Master Women's Physik, Alexandra Krawat. Daniel Pongratz. Aus der Kategorie, Names Game Classic Bodybuilding, René Richter. Aus der Kategorie, Masters Bodybuilding, hier haben wir unterschiedliche Alters- und Gewichtsklassen. Jens Schneider. Carsten Wolf. Stefan Hammerschmidt. In der Kategorie, Masters über 60, Thomas Lauer. Das ist jetzt das A-Team, mit dem der DBFV bei der Weltmeisterschaft 2023 an den Start gehen wird. Die anderen natürlich nicht im A-Team empfindlich und sind selbstverständlich damit im B-Team und auch bei der Weltmeisterschaft. Allmal in Kose. Wir wünschen alle Athletinnen und Athleten eine restliche gute und vor allem verletzungsfreie Vorbereitung und viel Spaß und wir sehen uns in Santa Susana. Applaus Applaus Einen Riesenapplaus. Wir haben unsere Athleten und Athleten nochmal von der Bühne verabschieden. Habt ihr richtig gut gemacht. Und ich sehe schon, ich habe immer noch ein Auto-Problem. Letzter Aufruf. Der Abschleppdienst ist schon informiert, was ich jetzt gehört habe. Es sind aber jetzt nur noch drei. WI GM 30, MER L 21 04 und JCU 321. Die drei Autos, ganz schnell wegfahren, sonst kommt es sowieso weg. Haben wir es teuer. Bei uns geht es weiter im Programm. Genau, Siegerehrung, das heißt die ersten Pokale des heutigen Tages werden vergeben. Da brauche ich natürlich auch Unterstützung. Für die Siegerehrung der Jugendboybuilding, Jugendmännerphysik und Jugendbikiniklasse würde ich gerne den Gnario auf die Bühne bilden. Ist der gerade irgendwo in der Nähe? Da ist er ja. Unser Gnario, internationaler deutscher Meister und Gesamtsieger. Und die Platzierungen stehen auch schon fest. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.